Wir schauen uns auch Moin Binder Bindern an. Moin der Binde Ben. Hey, Ben hat sein Bestes gegeben, dass das Video safe ist. Für alle Streamer, macht eure Facecam hier unten rechts. Ich mach meine Facecam unten rechts. Für Basti, mach einfach so wie immer. Wenn ihr mir Clips schicken wollt, macht es über meinen Community Discord, Linken ist so in der Beschreibung, oder über meinen Twitter, at Moin Binder Ben. Und ja, enjoy. Enjoy, danke Ben. So wie es sich aufgezählt hat, war, weiß ich mal, so confident. Ron Weasley, Dane Weasley, Dane Weasley. Ja, stimmt, Shirin wusste, was abgeht. Ich glaube, ich könnte nicht mal 10 aufzählen. Versuch mal, wie weit du kommst. Okay, Harry Potter, Ron Stoppable. Ron Stoppable? Alter, was ist das denn? Debra, what are you doing? Paris fahren wollt, sondern niemand dran vorbei. Wo fahrt ihr hin? Wo fahrt ihr hin? Achso. Okay. Ist schwierig. Mach mal rechts, mach mal rechts. Rechts? Digga, ich hab doch nichts. Zeig mal. Alter, wild. Alter, warum sterben die alle instant? Jungs, ihr müsst doch einfach besser spielen. Vielleicht liegt es daran, dass die Wahrscheinlichkeit dafür gerade echt nicht so gut aussieht. Ja, das könnte ein Argument sein, ne? Ja. Ja, ja. Lass mich, lass mich, lass mich. Schade. Hey, TJ, ich hab dich letzten auf der Theaterstraße gesehen, hattest aber Kopfhörer an und mich nicht gehört. Ja, äh, hau mir einfach ins Gesicht nächstes Mal, dann hör ich dich. Alles klar, das ist eine saugeile Idee. Das war ein offizieller Call, let's go. Amoros. Meine Rhymes sind so wild wie die Brets von deinen Mäts. Jetzt sucht alle bei Hugo oder weh, du den Twitch Prime ist kostenlos. Klatsch, 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 wenn du Kinderpons auf deinem PC hast. Oh. Oh. Auf seinem Rücken. Er kommt zurück, er kommt zurück. Hallo, hallo. Digga, er fällt weiter zurück. Ist er dumm? Ja, nee, nee, okay, ja, der, bro. Oh, hallo. Digga, du bist, ist er dumm, Alter? Bruder, er kommt immer weiter zurück. Ist er dumm? Digga, das war kurz richtig brem. Ist er dumm, Chad? Bro, das ist er. No joke. Wuhu. Me six years ago. Bitch, it ain't even my birthday, but I can ball if I want to. Ah, du ekelhafte Hundesohn. Der ekelhafte Hundesohn. Danny, Alter, was das war, Mann. Ähm, also for real jetzt. Die ist, also, die ist einfach offen und nett. Ja, wir haben wirklich nur gequatscht, Chad. Chad, wir waren bei einem Dreh. Wir waren bei einem Dreh. Wir haben nur gequatscht. Aber nicht so ein Dreh. Nein, 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 ich war mit Chad nicht bei so einem... Den Automaten hab ich so auseinandergenommen, Alter. Dem hab ich so eine reingehauen, Mann. Das hab ich auch geschafft. So viel schaffst du nicht nochmal. Dieses Drecksding, Alter. Halt mal dein Maul! Ähm, bumm. Boom. Sollte ich Angst haben, jetzt in den Nether zu gehen? Ich meine, ich hab nach 20 Minuten... Keine Ahnung, was mich erwartet. Oh mein Gott, da bin ich erschrocken! Digga, fuck dir ab! Alter, aim God. Digga. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Du bist so schlecht. Du bist ein kleiner Lutensohn. Ich hoffe, du versagst in der Schule, du Bastard. Komm, wir wollen... Komm, wir wollen... Komm... 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 Komm, wir wollen... Komm, wir wollen... Ey, blow, wall... Blow, blow... I don't even understand... I don't even understand... Wastet... Ah! My Red Bull, oh nein! Oh Mann, ja gut, dass ich hier überall Tücher hab, dass ich das wegmachen kann. Ich wichs mich am Arbeitsplatz, das machen nur Perverse und ich. Ups. Ja! Er hat's geschafft. We did it! Also mein Plan für Essen ist aktuell so, wir bannen uns erst mal auf die Autobahn... Aaaaaaah! Das war so gut. Du geil, Alter. Da ist es, guckt's euch an! Goal, wir spielen Rentner-Goal. Verdammte Scheiße, Digga. Und his person's surfboard. Was ist das? Ein Vogel? Ja, klar, man kann mich auch so sehen. Wow, oh mein Gott, mein Nippel, oh mein Gott. Charla wird stehen bleiben. Wenn nicht, dann nicht. Oh mein Gott! Alter! Ich hab das Headset hier, Freunde. So schmerzhaft. Ihr schickt mir Pakete mit diesem Scheiß nach Hause? Nein! Mann! Da ist nur ein Kissen drin, wo f... Ja, da bist du drin. Super. Was brauchst du? Du brauchst ein Papier. Ja, ein Papier. Ich bring dir was. Okay. Da bist du drin. Pat, willst du mal was sehen? Guck mal. Ey, Talx, du bist manchmal so ein Holzkopf, ne? Du bist da deutschlandweit mod, aber du bist so blöd, Digga. Du bist so dumm. Ey, in deinem Gehirn fehlt dein Gehirninhalt oder so. Kein Plan, was in deinem Gehirn drin ist, außer irgendwelche Gedärme oder sowas. Weiß doch nicht, Mann. Alles klar, Danny. Heiko hat nicht gewappt. War Heiko hat verloren. Heiko... Oh Gott, okay. Ich hör auf. Hundert Jahre alt und immer noch der Beste in jeder Lobby. Ein großes Interesse direkt hoch. Mein Freund Yannik hat heute geboostert. Kannst du ihn bitte gratulieren? Nein. Oh, ein Bär. Kommst du bitte schnell? Ich komme sehr schnell. Kann ich den aufpacken? Kann ich den nach oben bringen? Ich sehe den. Ich sehe ihn. Aber ich muss diese Honigbarbe erst nehmen. Ach, deswegen sind sie auch Bären wegen der Honigbarbe. Einmal Screenshot. Ist das Sascha? Grad 1300 Zuschauer. Leute, wer Lukas kommt jetzt und hackt mich oder sowas. Ich raste komplett aus. Ich habe nur 63. Wir brauchen einen Amboss. Wir brauchen einen Amboss. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen einen Amboss. Alter, das ist unangenehm. Ach du Scheiße, man. Junge, Hebel lassen sich nicht schneller mit irgendwas abbauen. So. Was machen wir jetzt? Aber ja, wir können gerne Vollgaslamm spielen. Ich hab's runtergeladen. Hab's doch jetzt schon mal gespielt. Aber ich bin ein Noob. Ich bin richtig... Egal, scheiß drauf. Wir ficken trotzdem. Also, in-game. Ach, scheiß drauf. Ich kann ja momentan nicht mal diesen Block jetzt hier hochspringen, oder? Nee, wobei wir sparen uns das. Ich glaube schon. Doch, ich glaube schon. Bist du schon gesprungen? Warum bist du schon gesprungen? Ja, weil ich vorhin Flickslack machen wollte. Mein Kumpel kann backflip. Wenn ich jetzt zwei Blöcke hochfliege, wenn ich springe, was kriege ich? Fall Damage. Tim, ich bin tot. Alter Hula-Hoop-Lehrer. Let's go, Mann, Tenius. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil wenn so ein Ender mehr auf der Autobahn sparen, kann es halt sein, dass er so ankommt mit seinen Händen, auf seine Tür wegnimmt und sich weg teleportiert. Und dann kommt er wieder mit so einer Tür von so einem Polo und baut die ran. Voll nett, dass er immerhin baut. Oh, Mann, Tenius. Oh, Mann, Tenius. Oh, I don't care, Neius. Oh, Mann, Tenius. Hey. Ich bin so froh, dass du dabei bist, wenn wir das tun. Das haben wir lange nicht mehr geguckt, das schauen wir jetzt noch.